Eva Benetatou zieht blank. Die einstige Bachelor-Kandidatin darf nämlich ein ganz besonderes Fotoshooting machen. Sie posiert für das Cover des Playboys. Und das will sie wohl schon sehr lange. Es war für mich immer ein großer Traum, irgendwann mal im Playboy zu sein. Lange fühlt sie sich aber nicht gut genug für das Nacktmagazin. Sie glaubt, es nicht schaffen zu können. Die Models haben sie aber immer bewundert. Nun ist sie selbst an der Reihe. Jetzt bin ich die Auserwählte und bin wahnsinnig stolz darauf. Als Mutter eines Sohnes wolle sie beweisen, dass auch Mamas ihre Weiblichkeit zeigen dürfen. Ihre prominenten Kolleginnen finden ihre Fotos großartig. Im Netz feiern sie unter anderem Cecilia Azoro und jedes Kotsch. Für Eva ist das Playboy-Shooting also sicher eine unvergessliche Erfahrung.